Bei mir in der Agenda steht Bimmerle. Die Frau Bimmerle! Meine Frau Bimmerle! Grüß Gott, Herr Jonas. Grüß Gott. Meine Frau Bimmerle. Ja, nehmen Sie einen Samantel. Welches Anlügen führt Sie denn diesmal zu uns? Ich möchte Sie gerne um eine Rat fragen. Aber gerne! In einer privaten Angelegenheit. Letztesmal haben Sie mir sehr weitergeholfen. Ich mache es auch ganz kurz. Ägypter. Ägypter? Ägypter. 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 Das Ländle. Südöstlich von Stuttgart. Ach, Ägypten meinen Sie? Ja, wollen Sie da spenden? Nein, das gerade nicht. Aber ich habe da kürzlich gebaut. Eine kleine bescheidenen Villa. Zwölf Zimmer. Sehr geschmackvoll. Aber ich möchte auch nehmen, das ist mir zu unsicher in der Demokratie jetzt. Frau Bimmerle. Ähm, wir sind alle sehr froh über die Entwicklung. Und für was brauche ich im Urlaub eine Demokratie? Sauber war es, mein Mubarak. Straßen, Strand, sauber, hygienisch, kein Ungeziefer. Sehr ästhetisch, die Pyramide. So pur. Ich bin ein großer Fan von gutem Design. Ich muss immer schöne Dinge um mich haben, gell? Aber ich möchte ja trotzdem nicht mehr nach. Ich möchte ja nicht mehr nach. Ich möchte ja, die wollen jetzt freie Wahlen, freie Wahlen. Ja. Hat Demokratie, das muss man ja können. Ja. Na ja. Das ist ja selbst in Deutschland. Bei uns ist das, also wir haben ja auch nicht gleich gewusst, wie es geht, gell? Frau Bimmerle, ich bin ja ganz, also wirklich ganz nah bei Ihnen. Das ist recht. Aber, äh, sagen Sie mal nicht böse, aber ich würde Sie gerne mal ganz direkt fragen. Ja bitte, Herr Jonas. Wie soll ich sagen? Wie können wir Ihnen helfen? Ach, dass Sie meine ägyptische Häusle verkaufen mit mir woanders, eine Plätzle suchen wo eine Ruhe haben und wo es so bleibt. Ja, also, ganz krisensicher als Diktatur ist derzeit der Iran. Ach, meine Dinge, Schade. Ja. Ja. Persien. Ha, die Faradiba ist immer mal Vorbild gewesen. Ästhetisch gesehen jetzt, gell? Ja. Von den Haaren. Von den Haaren. Aber, der Islam, also, ich bin nicht gegen den Islam, bin ich nicht. Aber, dass es vielleicht ein bisschen eine dezentere Art wäre. Wüssten Sie mir nicht eine gescheite Diktatur mit weniger Islam? Weniger Islam, muss ich schnell nachdenken. Burma? Burma war vielleicht was? Myanmar? Myanmar? Myanmar gewesen. Ich weiß nicht Burma, ich kenne Burma oder Birma. Das ist ein schönes Land, landschaftlich gesagt. Doch, ja. Oh, jetzt habe ich was für Sie. Nordkorea. Ja, obwohl da sind die Leute so klein. Das ist wieder mit meinem ästhetischen Empfinden nicht zu vereinbaren. Wisst ihr, die Lene Riefenstahl, die hat ja das wunderschöne Buch damals gemacht. Von diesen hochgewachsenen Negern, also in Afrika, diese hochgewachsenen, wunderschönen Menschen. Wunderschön, wunderschön, farblich diskutierbar, aber vom Körper her einmalig. So etwas wäre schön. Vielleicht ist Ihre Sorge bezüglich Ägypten ein bisschen überzogen. Ist das wahr? Ja. Aber man hat es doch gesehen. Ja, aber wir sind momentan gerade in eine Image-Kampagne involviert. Ist aber auch streng geheim, gell? Ja. Ich kann schweigen wie ein Grab. Aber ich tue es nicht. Ich tue es nicht. Frau Pimmelet, darf ich Sie einen Moment hier aufstellen? Ich meine, allein lassen. Ich bin gleich wieder bei Ihnen, gleich wieder bei Ihnen, gell? Ich zeige Ihnen schnell was, gell? Herr Jonas, jetzt bin ich entspannt. Schubeck jetzt auch am Tachirplatz. Revolution der Sinne im Pyramidenzelt. Schaufoltern im Pharaonengrab. Blutjunge Sklaven in vollendeter Perfektion. Und, Frau Pimmelet? Das ist ja Alistair Schubeck. Ja. Also, wenn Sie mir garantieren können, dass Sie das durchsetzen, dann bleibe ich. Das ist ja lupenreine Diktatur. Ja? Ach, sch... Ja, danke schön, gell. Schön, Frau Pimmelet, dass wir das haben. Wie machen wir es denn mit dem Honorar? Ja, wie immer, gell, Zürich, gell? Danke schön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.